Herzlich Willkommen in Bad Liebenwerder. Hier wartet für Sie Ihr ruhiges Anwesen mit vielen Extras und verschiedenen Wohnkomplexen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause, drücken auf Ihren Knopf und es öffnet sich das bomböse Hoftor. Weiterführend, nachdem Sie Ihr Auto abgestellt haben, laufen Sie die Wege entlang, rechts und links, parkähnliche Gestaltung. Sie finden auf der rechten Seite ein Springbrunn wieder und schauen schon auf Ihr Anwesen, auf Ihren Pool, auf Ihr Rebagone, auf Ihre Terrassen und auch auf das Nebenhaus, was Ihnen derzeit eine zusätzliche Mieteinnahme sichert und wo Sie selber zukünftig entscheiden dürfen, ob Sie die weiter vermieten oder selbst nutzen möchten. Dazu gehörig auch ein weiterer Knopf lässt Ihnen das Garagentor öffnen und weiterführend um die Wege, die Sie um Ihr Haus herum führen, werden Sie feststellen, dass Sie einen gigantischen Ausblick von Ihren Lodgen, von Ihren Balkonen haben auf die Garage, die nochmal drüber über einen Wohnraum oder Abstellraum verfügt. Und wenn Sie dann sich entschlossen haben, hineinzugehen und die Tür zu öffnen, werden Sie beeindruckt sein von den Steinfliesen, des ehemaligen Eigentümers eines Steinmetzes, der diese pompös und keine Kosten gescheut hat, diese im ganzen Hause für Sie zu verbauen, teils Fußboden, Wandvertäfelung. Sie werden eine individuelle eingerichtete Küche feststellen, verschiedene Zimmer, wie dieses Esszimmer, eine Steintreppe, die mit vergoldeten Geländern nach oben führt. Im Keller befindet sich die Wohlfühlsauna, für Sie und drei verschiedene Bäder auf verschiedenen Etagen. Diese Bäder sind mehr als höchsten Qualitätsstandard ausgestattet, ein Masterbad mit Whirlpool und verschiedene Designs in den Armatoren, Echtholzpaket, Echtholztüren, lichtdurchflutete Räume und vieles mehr erwartet Sie hier in diesem einzigartigen, ruhigen Anwesen in Bad Liebwerda, wo Sie die Grundrisse von sich für sich zuhause schon prüfen können und schon vielleicht eine Zimmeraufteilung vornehmen können. Und nachdem Sie dies für sich geprüft haben, Sie bequem sich bei uns dann im Büro melden dürfen und wo wir gemeinsam Ihren Besichtigungstermin abstimmen, um damit wir gemeinsam dann durch Ihr Anwesen, Ihr zukünftiges Anwesen vielleicht, schreiten können, um zu prüfen, ob Sie sich hier zukünftig heimisch fühlen werden und auch zukünftig derjenige sein werden, der den Knopf drückt, wenn sich das Tor für Sie dann öffnet und Sie in Ihr Anwesen fahren. Zu erwähnen wäre noch, dass das Nebenhaus über einen separaten Eingang, über ein separates Tor zu steuern wäre und somit fernab auch eine Abtrennung vorhanden wäre. Wir freuen uns auf Sie, auf Ihre Besichtigung herzlichst, der Herr Zischke von der Zischke Immobilienvermittlung.